Na alle zusammen, hier ist wieder heutzutage und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir uns hier in Maldraxxus erspielen können. Und zwar sind wir einmal hier im Theater der Schmerzen. Auf den Koordinaten 51, 48 und hier gibt es jeden Tag vier Bosse, die wir töten können. Die rotieren, das sind immer andere, aber alle vier haben die Chance, das Mount zu droppen. Und das Mount schimpft sich angenagelte Zügel des schlachtgebundenen Kriegshundes. Ich habe Glück gehabt, das zu bekommen. Hat etwa eine Dropchance zwischen 0,5 und 1% irgendwie sowas Pi mal Daumen. So wie es aussieht, könnt ihr die Mobs ja so oft killen, wie ihr wollt. Die sind ja nicht Rare, sondern Elite. Aber ihr habt anscheinend nur einmal pro Tag pro Mob die Chance, das Mount zu kriegen. Heißt, den ganzen Tag zu farmen, soll anscheinend keinen Sinn machen. Ich habe es auch beim ersten Kill am Tag bekommen. So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einmal das Mount an. Lernen das hier. Und dann schauen wir mal, wo wir es haben. Kriegshund. Hier haben wir es. Da gibt es übrigens noch einen, der ein bisschen heller gehalten ist. Den, den wir uns jetzt geholt haben, diesen schlachtgebundenen Kriegshund. Der ist ein bisschen zusammengenäht und grünlich. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Und ja, ihr könnt das auch anscheinend mit Low Twings farmen. Ich schätze aber, dass ihr wieder Stufe 60 sein müsst, um das Mount dann lernen zu können. Das hatten wir ja bei den ein oder anderen Rare Drop Mounts schon gesehen. Also wie gesagt, vier Mobs haben wir hier jeden Tag. Und anscheinend können wir sie alle vier einmal pro Tag pro Jahr umhauen. Und haben dann eine Chance zwischen 0,5 und 1% das Mount zu kriegen. Das Ganze geht auch in Gruppen und Schlachtzügen. Also falls ihr euch da nicht alleine abmühen wollt, manche Bosse sind tatsächlich ein bisschen ätzend. Gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Ich hoffe, dem ein oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war's.